Wir sind eigentlich Großteil beim DAXNer Olle-Bertou. Hierarchiemäßig gibt es nicht viele Unterschiede. Man kann mit technischen Leuten, mit Projektleitern ziemlich reden auf Augenhöhe und man kann eigentlich jedem ein wenig Fragen stellen und auch die Geschäftsführung sind wir bei du und das ist ja ziemlich nett. Normalerweise fangen wir um sieben an, du kannst aber später kommen und dafür später aufhören und insgesamt haben wir 40 Wochenstunden. Wenn einmal mehr anfällt, kann man das dann entweder mit Zeitausgleich abbauen oder man kann es auch auszahlen lassen. Es wird ständig in neue Anlagen zur Fertigung unserer hochwertigen Produkte investiert, zum Beispiel aktuell eine neue Abkamp-Presse mit 200 Tonnen Presskraft. Ich habe einen riesengroßen Arbeitsplatz, der modern eingerichtet ist, mit höhenverstellbaren Tischen, sehr viel Abstellfläche. Ich habe eigentlich noch ziemlich viel Zeit nach der Arbeit, weil wir oft am 7. in der Früh anfangen und das einfach am Nachmittag oder am Abend haben wir noch Zeit für einen Ausgleich mit Sport, Familie, Freunde treffen. Es gibt einige Mitarbeiter-Benefits bei der Firma DAXNer. Zum Beispiel bekommt man jedes Monat den Fahrtkostenzuschuss. Das ist einfach, was ein Busticket im Monat kosten würde. Es gibt einen Essenszuschuss, es gibt einen Fahrtkostenzuschuss, dann gibt es auch eine jährliche Mitarbeitervorsorge und bei uns in der Werkstätte gibt es jetzt ein System, wo die Wäsche, also das Arbeitsgewand regelmäßig gewaschen wird und die Mitarbeiter wieder sauber zur Verfügung gestellt wird.